Du Papa, ich habe einen Freund in meiner Klasse. Meine Eltern haben drei Pferde, aber die stehen nur im Stall rum. Und der Pferde von einem anderen Jungen, der hat ein unheimlich großes Boot und der fährt nie damit. Blöd, was? Und die Eltern von Klaus-Peter, die haben einen so tollen Swimmingpool, aber keiner geht rein. Und ich? Was soll ich denn sagen, was wir haben? Sag doch einfach, wir fahren Gehölf. GTI. Bring that ass back like a boom, 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 boom. GTI. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.